Nein, mit Gotham habt ihr nie leichtes Spiel. Ich frage mich, wer hier immer die Tore repariert, die ich hier jedes Mal wieder kaputt fahre. Frage ich mich echt. So. Es braucht nicht viel, eine Katze zu zähmen. Streife das über. Du bist zurück. Ich sagte doch, ich hole dich da raus. Ich weiß. Es ist nur... Egal. Lass uns zum nächsten Raum gehen, bevor mein Kopf explodiert. Okay? Okay. Advanced Death Traps. Tja, hallo mal wieder an mein liebstes Komödianten-Duo. Es war eine solche Freude, Rätselkammern für nicht einen, sondern zwei Halbidioten zu kreieren. Zuck, zuck, zuck. Oh, das ergibt quasi einen ganzen Idioten. Dunkler Ritter, wenn du deine Katzenfreundin verloren und genug um ihren kopflosen Leichnam getrauert hast, können wir das vielleicht wiederholen. Mit Robin. Oder vielleicht deinem verlorenen Sohn in Bloodhaven. In Bloodhaven. So. Kommst du da hoch? Die Decke? Einfach. Okay. Ah. Gut. Ein Rätsel. Kann ein Irrgarten auch ohne Garten noch jemanden irre machen? Noch jemanden irre machen? Okay. Die Mitte. Dann. Eins, zwei, drei und einen nach links. Zwei, drei. Gut. So fühlt sich nämlich Dummheit an. Okay. Einen nach vorn. Weißt du, ich muss dein ähnliches sicher... Ach, Eddie. Du wirst dir so dumm vorkommen, wenn ich dich geschnappt habe. Okay. Einen nach vorne. Zwei nach links. Zwei nach vorne. Einen nach rechts. Einen nach vorne. Zwei. Zwei. Hier. Fast geschafft. Aber jetzt noch eine Wendung. Äh, was? Ich bin da. Einen nach unten. Zwei nach rechts. Zwei nach oben. Einen nach unten. Nein. Was nochmal? Einen nach unten? Ne. Erst einen zur Seite. Dann einen nach unten. Erst einen zur Seite. Dann nach unten. Zwei nach rechts. Zwei nach oben. Fast da, Selina. Okay. Zickzack zur Wand. Und einen nach oben. Äh, von da bin ich gestartet. Okay. Nein, 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 nein. Zickzack zur Wand. Einen nach oben. Ich bin hier fertig. Ah, jetzt sehe ich nun nichts mehr. Okay. Äh. Wer was? Okay. Ich stehe jetzt. Oder wo stehe ich denn jetzt? Ich stehe hier an der Wand. Okay. Äh. Bis zum vorletzten. Zur Mitte. Bis zum vorletzten. Zur Mitte. Einen nach oben. Und dann da hin. Okay. Ich bin hier fertig. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist deine Belohnung. Roboter. Oh. Schon wieder. Ich darf wieder nur die roten kicken. Los, Batman. So, Batman tötet die blauen. Schön, Dango. Ah, nein. Halt. Nein, 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 nein. Schön, die roten fehlen. So. Ja, der Schlüssel. Nimm ihn dir. Ich denke, du hast ihn dir verdient. Ja, verdient. Ah. Das vorletzte Schlüsselchen. Juhu. Hi, der Witzgeier. Das Spiel macht mich fettig. So, noch einer. Oh. Wenn ich hier rauskomme, lege ich Eddie diesen Kragen um den Hals. Ja, tu das. Ist besser. So, raus hier aus dem Laden. So. Oh. Wie clever ihr beide euch jetzt fühlen müsst. Wie selbstgefällig. Ich störe ja nur ungern bei diesem armseligen Siegestaumel. Aber ich wollte euch wissen lassen, dass ihr euch so bald nicht wiederseht. Nicht wiederseht. Catwoman. Batman wird dich hängen lassen. Hängen lassen. Weil ihn unter dem Rommeler Fährhafen mein größter Test erwartet. Test erwartet. Test erwartet. Test erwartet. Okay. Ronela Fährhafen. Batman, sind wir... Lass dich von Riddlers Sprüchen nicht einschüchtern. Eddie ist ein Idiot. Aber ein Idiot, der in der ganzen Stadt unterirdische Todesfallen gebaut hat. Und? Und ich wollte nur sagen, pass auf dich auf. Du hast uns die Suppe eingebrockt und ich schätze es, dass du sie auch auslöffelst. Aber sei vorsichtig. Okay. Plötzlich ist das Kätzchen verliebt oder wie? Äh... Das ist deine Chance bei Catwoman, Betsy. Sie ist verletzlich. Sitzt in einem verlassenen Waisenhaus fest. Für mich klingt das nach Romantik. Oh ja. Da wir gerade dabei sind, ich war im Jenseits, um nach Talia zu sehen. Und naja, wir haben darüber gesprochen, wie du uns im Grunde beide ermordet hast. Sie fing an zu weinen. Also habe ich sie getröstet. Und bevor ich mich versah, führte eins zum anderen. Na, du weißt schon. Tali und ich wollen doch nur, dass du glücklich bist. Du solltest dem kleinen Kätzchen sagen, was du fühlst, solange du noch kannst, Betsy. Denn wenn ich deinen Körper übernehme und dich in einer winzigen Ecke deines Verstandes einsperre, töte ich sie zuerst. Ah ja. So, Batmobil. Komm mal her. Wolltest du erst noch eine Runde drehen, oder wie? Okay. Äh, nein, geh rein. Ich muss jetzt nur mal gucken, was ich als nächstes machen will. Ähm, ja gut. Also wir haben bei, da nicht, da nicht, da nicht. Ich glaube, es stehen wieder Hauptmissionen an. 59% der Hauptmissionen sind ja. Ich mache mich auf den Weg zum Uhrenturm, Herr Fred. Wenn die Analyse abgeschlossen ist, lade die Daten vom Batway. Wie wir sie wünschen. Okay, auf zum Uhrenturm. Willkommen auf Founders Island. Oh, hi. Wo ist eigentlich Robin? Wir sollten doch ausschauen und den Knaben halten. Da wollte ich nicht hin. So. Das Ding ist da oben. Ein paar von den Jungs haben es gesehen. Aber ohne Zielaufschaltung werden wir es nicht erwischen. Es ist einfach zu schnell. So, was haben wir denn da? Jetzt wieder zwei Freunde mit lustigen Dingen. Und ein paar Freunde mit Waffen. Okay. Mal eins. Hallo, darf ich den mal treffen? Danke. Ich bin hier aufgewachsen. Schön zu Hause zu sein. Okay. Let's go. Äh, Ziele? Danke. Und das letzte Ziel kriege ich nicht hin. A, A, X. Tschüss. So. Wo ist denn hier? Der Penner hätte in Bloodhaven bleiben sollen. Wurde schon sehen, was er da... Da ist das Dingeling. Und dann machen wir den Gelegen mal kaputt. Ah, damit können wir das auch. Prämstata. Wieso denn? Macht's doch viel mehr Spaß. Nächstes. Nächstes, bitte. Die muss ich suchen. Oder wie sind wir jetzt momentan? 55,1%. Okay. Wir haben beim Riddler immer noch viel zu viel zu tun. Ähm. Na, komm. Hauptsession. Ich mach mich auf den Weg zum Uhrenkopf. Wenn ich nicht wieder 10.000... ...abgeschlossen ist, ladet die Daten vom Badway. ...dass wir das hier wünschen. Ah, das ist Drain-Pain. Den hatten wir doch. Den hatten wir doch. Den wollen wir so ein bisschen... Oh, hi. Hi. Magst du mir irgendwas erzählen? Rede. Sonst brech ich dir den Schädel auf und hole mir so meine Antworten. Ich rede. Weise Entscheidung. Gut. Weiter geht's. Okay. Irgendwie werde ich ständig abgelenkt. Das ist ein Phänomen. Weil ich immer irgendwelche Nebenmissionen finde. Und das... Wie zum Beispiel hier. ...ein kleines Türmchen. So. Und wo ist jetzt der... Wo sind die... Oh, da... Da ist nochmal so ein Ding. Hä? Wo ist denn hier... Da sind sie. Aha. Oh, da ist doch auch nochmal so ein Ding. Batman hält sich auf Distanz. Er greift nicht an. Ach komm. Dann machen wir es nicht richtig. Komm her, kid. Ich glaube, das sieht schon ganz gut aus. Das Ziel ist über. Genau hierfür bin ich dabei. Genau hierfür bin ich dabei. Hallo. So. So. Wieder mal ein Türmchen. Weniger. Gut. Gut. Hallo. Explosiv Gel. Und... Badabin-Bum. Mit dem Penner habe ich noch eine Rechnung offen. Den schicke ich in einem Leichensack zurück nach Bloodhane. Gut. Dann haben wir das auch. Versuch es nochmal, Batman. Meine Männer sind bereit. Und ich hatte doch gerade auch noch was gesehen. Da. Guck mal dort. Äh. Genau. Den da. Wenn wir schon mal dabei sind, kommen wir im letzten Jahr auch noch. Plast eine Straßensperre in Riker Heights. So. Sollen sie nur ihre Mauern bauen und die Straßen vermieden, die können sie nicht aufhalten, Sir. So. Lex Luthor. Was haben wir denn da? Der wohl Gebäude steht, nicht wahr? Drüben am Plaza. Hast du auch gehört, dass er in die Sache Geld investiert haben soll? Ich würde mich nicht wundern, er beugelt nun schon eine Weile mit der Stadt. Und wenn der Batman los wird, muss er sich immer noch mit Bruce Wayne rumschlagen. Oh, wie fürchterlich. So. Äh. Äh. Was können wir sonst noch so machen? Wir können auch mal Distanz-Hacking ausprobieren. Da ist aber nichts zum Hacken. Schade Schokolade. Okay. Ähm. Da kann man höchstens mal ein Bämpchen werfen. Gehört man hat viel Material von den Luftschiffen gefunden. Und der nächste. Und nochmal. Okay. Das war dann mal Angst-Multi ausschalten. Das war dann imui gut jemand ohne ob da ist ja schon der steckt checkpoint kommandant straßensperre geht es noch die brücke runter ok aber das missions auswahl es geht voran wir haben wir fahren das island alle wir haben mir gar nie einen fehlt nur noch die eine blöde ja dann können wir jetzt weiterfahren wir kommen immer näher ran oder war dann noch ich mache mich auf den weg zum start mal war dann auch hier war die info die randalierer werden sich mit ihren geiseln versteckt haben ich werde sie aufspüren da kommt was heißt wir fahren jetzt machen wir wirklich hier wieder haupt ist ja nicht so dass wir das nicht schon die ganze zeit wollen ich mache mich auf den weg zum uhrenform wenn die analyse abgeschlossen ist lade die daten vom berg hi habe ich schon mal gesagt dass ich für uns hasse vor allem die menschenfressenden auf dem batman zu helfen hat seinen preis wie dankbar war keine ahnung okay egal wo muss man dahin richtig böser böse böse armer oracle identität besteht oh man das böse computer benutzen wir doch gerade hier da alfred ruft die aufnahmen vom scanner des bergings ab natürlich aber es gab keine spur von cloudburst ich würde sie natürlich informieren wenn sich die situation ändert aber ein moment ich empfange gerade ein notruf aus dem filmstudio ich hoffe du kannst das hören das filmstudio wird angegriffen robin hat ärger hören sie mir genau zu sie müssen diesen raum versiegeln die infizierten dürfen nicht raus natürlich was soll ich henry genug jetzt von dir sieh an wer kommt denn da zu spät um die welt zu retten wie läuft's badbrain schon ein weichen her harley quinn du erinnerst dich also wie schräg denn du hast das einzige getötet was ich je geliebt habe und jetzt erfahre ich dass du eine ganze generation neuer joker für dich behalten hast ich weiß du es nicht sie sind instabil sie sind instabil vielleicht solltest du mal einen blick in den spiegel werfen alfred ich muss zu den filmstudios beeilen sie sich bitte miss quinn ist mental instabil robin könnte in großer gefahr sein ei 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 das geht ja wieder gut los hier gut ich habe doch gesagt wir hätten diese zweitklassigen kopien massakrieren sollen wehe wenn sie robin töten das war mein plan nicht klk 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 Vielen Dank.